Erste Deutsche Fernsehen Erste Deutsche Fernsehen Erste Sein volles Vertrauen ausgesprochen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass er Scholz wegen dessen Eintreten für eine Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen zum jetzigen Zeitpunkt kritisiert habe. Auch der CSU-Vorsitzende Weigl hat zu Beginn der traditionellen Klausurtagung der CSU-Abgeordneten in Wildbad Kreuth, Scholz vor der Kritik aus den eigenen Reihen in Schutz genommen. Scholz, so sagte Weigl, sei eine gute Wahl. In der Programmkommission der Sozialdemokraten haben sich bei der Diskussion um die Wirtschaftspolitik die sogenannten Marktwirtschaftler der Partei durchgesetzt. Mit 13 gegen 8 Stimmen bekannte sich die Kommission zum Grundsatz der Wettbewerbswirtschaft mit möglichst wenig staatlicher Lenkung, wie er vom stellvertretenden Parteivorsitzenden Lafontaine und dem Wirtschaftsexperten Roth vertreten wird. Den weiteren Betrieb des Kernkraftwerkes Biblis haben Bundesumweltminister Töpfer und sein hessischer Kollege Weimar davon abhängig gemacht, dass dort verbunkerte Notstandswarten gebaut werden. Ohne die werde Biblis nicht wieder ans Netz gehen. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft des rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerkes erklärte, man werde die Sicherheitszusagen einhalten, sie müssten aber einer wirtschaftlichen Prüfung standhalten. Bundesbildungsminister Möllemann wurde am Abend auf einer Studentenversammlung in der Münchner Universität niedergeschrieben. Er verließ die Versammlung, ohne überhaupt das Wort nehmen zu können. Nach seiner Ansicht waren es kommunistische Kadergruppen, die ihn an seinem Auftritt hinderten. Bundesverkehrsminister Warnke wird auf einer Pressekonferenz in Bonn voraussichtlich ankündigen, dass der Bund die Altschulden der Bundesbahn in Höhe von 12,6 Milliarden Mark übernehmen will. Außerdem werde sich die Regierung in noch nicht festgelegter Höhe an den Wegekosten der Bahn beteiligen. Die volle Verantwortung für das Schienennetz werde der Bund allerdings nicht übernehmen. Fünf Wochen nach der Erdbebenkatastrophe in Armenien sind sechs verschüttete Männer lebend geborgen worden. In der völlig zerstörten Stadt Leninakan wurden sie im Keller eines neunstöckigen Wohnhauses entdeckt. Einer der Überlebenden berichtete, es habe in dem Kellerraum genügend Lebensmittel und Getränke gegeben. Die sechs Männer sind trotz der 35-tägigen Einschließung bei guter Gesundheit. Sie waren offenbar nur durch einen Zufall entdeckt worden. Die umstrittene Region Bergkarabach soll auf Beschluss des Präsidiums des obersten Sowjets bei Aserbaidschan bleiben, obwohl sie überwiegend von Armeniern bewohnt wird. Wie in Moskau mitgeteilt wurde, wird das Gebiet allerdings eine besondere Verwaltungsreform erhalten, um neue Zusammenstöße zwischen christlichen Armeniern und moslemischen Aserbaidschanern zu vermeiden. Es wird vermutet, dass Bergkarabach vorläufig direkt von Moskau aus verwaltet wird. Der bekannte Volkssänger Willi Schneider ist tot. Er erlag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Köln einem Herzinfarkt. Willi Schneiders Karriere begann 1930, als er Bassist beim Kölner Rundfunkchor wurde. Seine Schallplatten wurden weltweit mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Zu seinen bekanntesten Titeln gehörten, man müsste nochmal 20 sein und schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Für Freitag, den 13. Januar. Zunächst im Osten und im Südosten noch stark bewölkt und örtlich Regen. Im Laufe des Vormittags auch hier, wie schon in den anderen Gebieten Deutschlands, wechselnd wolkig mit Aufheiterungen und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefste Temperaturen 2 bis 6 Grad. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Im Süden schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten, am Samstag erneut Durchzug eines Regengebietes, weiterhin mild. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten. Geschmeichelte Eigenliebe. Von Giacomo Leopardi. Welches ist die angenehmste Gesellschaft? Diejenige, welche uns so erkennen lässt, wie wir uns selber sehen. Dank derer wir uns an uns selber freuen. Die uns überredet, wir taugten mehr, als wir geglaubt hätten. Die uns bestimmte Eigenschaften als lobenswert zeigt, die wir nicht oder nicht in dem Maße dafür gehalten hatten. Diejenige, die wir mit größerem Respekt vor uns selber verlassen, die uns zufriedener mit uns selber entlässt. Alles ist Eigenliebe. Bei Menschen und bei jedem anderen Lebewesen. Liebenswert scheint und ist allein der, welcher die Eigenliebe der anderen pflegt, ihr schmeichelt und so weiter. Dies gehört zu den wichtigsten Beobachtungen und Kunstgriffen, wenn man als guter Gesellschafter gelten, wenn man sich angenehm und beliebt machen, wenn man begehrt und erfolgreich sein will. Namentlich im Galantenverkehr. Den Könnern in diesem Fach ist dies wohl bekannt. Wie oft wünscht man sich jemandes Gesellschaft, findet in ihr ein neues und besonderes Vergnügen. Man weiß nicht genau warum. Doch man schreibt es dem liebenswürdigen Umgang und Charakter des anderen zu. Der wahre Grund ist, dass er es versteht, uns einen höheren Begriff von uns selber zu geben oder auch unser günstiges Urteil über uns zu bestätigen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.